Okay, Zee. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Kel. Er wird mich umprogrammieren. Dieser Druide gehört mir. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt? Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalore euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchgräßt muss. Der Stimmschlüssel gehört mir. Der Droide gehört mir. Der Handelore gehört mir. Meisterin Kree hätte sich diesem Tag verraten lassen sollen. Freiheit! Halt dich fest, sie! Das war der Plan! Tenalore gehört mir. Und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Hey, wacht der Blöde an! Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens, brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie! Ich hole sie. Wir sehen uns oben. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich